Der Marsch des Lebens in Polen Die Decke des Schweigens zerbricht. Vorbehalte und Hass zwischen Polen und Deutschen verschwinden. Die Nachkommen der Nazitäter aus Deutschland sprechen den Nachfahren der Opfer die längst überfällige Bitte um Vergebung aus. Über 300 Teilnehmer, Polen, Deutsche und Israelis, Juden und Christen laufen gemeinsam 2200 Kilometer durch Polen. Die Routenführung verbindet sechs ehemalige Todeslager so miteinander, dass sie einen symbolischen Davidstern formt. Ein gemeinsames Zeichen gegen Antisemitismus und für Israel. 1. September 1939 Der Zweite Weltkrieg beginnt mit dem Überfall auf Polen. Angefacht durch den fanatischen Rassenhass der Nazis wurde Polen zu einem Schauplatz unaussprechlichen Leidens. Circa 6 Millionen Polen wurden von den Nazis ermordet. Drei Millionen davon waren Juden. Angefangen mit dem Kniefall Willy Brandts 1970 in Warschau hat es Schritte und Initiativen der Versöhnung gegeben. Aber viele Wunden zwischen Polen und Deutschen sind bis heute nicht verheilt. Der Marsch des Lebens startet in Auschwitz-Birkenau. Über 50 deutsche Teilnehmer sind Nachkommen von Wehrmacht, Polizei und SS-Mitgliedern. Der Holocaust ist fast 70 Jahre vorbei, aber er ist immer noch in den Herzen vieler Menschen. Wir stehen hier direkt bei den Gas-Kamern. Wir stehen hier, sehr nahe von den Gas-Kamern. Mein Opa hat die Leitungen gelegt für die Gas-Kamern. Und mein Vater macht auch alles, was mit dem Gas-Kamern in den Gas-Kamern. Ich liebe dich. Ich stehe hier vor euch. Ich muss mich nicht bemerksam sein. Ich muss mich nicht bemerksam sein. Wir können es nicht ungeschehen machen. Wir können es nicht ungeschehen machen. Wir können es nicht ungeschehen machen. Aber wir können, indem wir die Wahrheit aussprechen, wege des Todes in wege des Lebens verwandeln. Wir können es nicht ändern, was es ist. Aber wir können diese droge смерти in die droge życia. Durch Presse und Fernsehen wird die Botschaft von Versöhnung und Wiederherstellung bis nach China, Indonesien, Venezuela und Katar und so auf der ganzen Welt verbreitet. Zur Hauptsendezeit werden ausführliche Berichte im polnischen, europäischen und israelischen Fernsehen gesendet. Die Teilnehmer verteilen sich auf verschiedene Teams. 2.200 Kilometer liegen vor ihnen. Wege in die Vergangenheit zu historischen Orten der Nazi-Verbrechen. Er ist fürileri mit ihrem Christen in der Südsee-Verbrechen. K Geschenk-Anp esté insstaat ist für Lord Husимер. K제 fahren ein gewiss Bericht. Es hat immer noch andre zu können, wenn wir uns als Polen und 아주 Juden getroffen haben, Etwas für die Deutschen. Ach, hinter denen meine Familie ist acht, es singt dann viele Menschen. Die KinderStarzen werden so vieles wurden. Ich stehe durch mich um zu Hause, um ein forgiving sich zu Leute zu werden. Ich stehe hier heute, um zu versuchen, diese Gelegenheit zu machen. Es tut mir leid, dass es sehr schön ist, dass wir als Deutschen, dass meine Familie hier eine Störung hat, dass meine Familie hier eine Störung gemacht hat. Dass meine Familie hier hier eine Störung hat. Ich stehe hier als Deutschen. Ich stehe hier als Niemka. Ich stehe hier und schweige, um meine Familie zu brechen, aber genauso auch zu sagen, dass es nie wieder passieren darf. Aber auch zu sagen, dass es nichts mehr ist. Das ist meine Tochter. Das ist meine Tochter. Da ist meine Tochter. Und sie sprach von meiner Tochter. Die andere Motivation war in meinem Anzug. Warschau. 2200 Kilometer liegen hinter den Teilnehmern. Der Davidstern schließt sich. Die Bürgermeisterin, Hanna Gronkiewicz-Walz, empfängt eine Delegation im Rathaus und unterstreicht die Bedeutung des Marsches. Auch die Vizesprecherin des israelischen Parlaments, der Knesset, Liya Shemtov, nimmt am Marsch des Lebens teil und läuft einige Teil-Etappen mit. Der israelische Botschafter Zvi Rafner kommentiert in seiner Ansprache im Kulturpalast. Es gibt viele Märsche in Polen, aber dieser hier ist etwas Besonderes. Deutschland sollte stolz sein auf das, was ihr tut. Es hat eine große Bedeutung. Der Marsch des Lebens. Neue Freundschaften zwischen Polen und Deutschen entstehen. Polen, Deutsche und Israelis, Juden und Christen, Nachkommen der Täter und der Opfer, setzen ein Zeichen gegen das Schweigen. Das Vergessen gegen Antisemitismus für Israel. 17. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. Der Marsch des Lebens in Polen Die Decke des Schweigens zerbricht. Städte und Nationen werden geheilt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020